So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe mich heute mal entschieden, die Ausbeute so zu filmen, wie wir die Livestreams immer machen. Normalerweise sitze ich ja immer drüben im Schlafzimmer, in der Dunkelkammer mit Licht und allem drum und dran, was den Vorteil hat, dass der Handybildschirm einfach größer ist und ich größer bin. Aber ich finde, hier ist der Ton besser und ich fühle mich hier einfach wohler, hier zu sitzen, jetzt mit euch zu sprechen. Ich habe zwar lange überlegt, ob ich das nicht einfach so mache, dass ihr den Handybildschirm einfach größer habt, aber ich finde, das sieht halt so dunkel und trist aus, obwohl der Hauptaugenmerk dann aufs Wesentliche beschränkt ist. Es wäre optimal, wenn der Bildschirm so groß wäre vom Handy, aber links und rechts noch ein Hintergrund da wäre. So kann ich den Bildschirm leider nur so machen und der Hintergrund ist richtig, naja, bunt gefaxt. Ich habe immer noch keine Ahnung, also, was das beste Programm ist, um den Handybildschirm zu übertragen. Ich weiß nicht, wie das alle anderen YouTuber machen. Ich benutze jetzt momentan hier also APowerMirror und muss sagen, es erfüllt seinen Zweck, aber ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden, da ich eben dieses Vollbild nicht haben kann, ohne schwarze Balken. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Das Go-Face 2020 weltweit ist vorbei, ist vorüber. Zwei Tage voller Action, ein Tag besser wie der andere. Es gab viele im Vorfeld natürlich, die gesagt haben, oh, Tag 2 ist ja richtiger Schrott mit Team Go-Rocket. Aber hey, ihr musstet ja in dem Sinne nicht kämpfen unbedingt. Ihr hättet den Tag 2 auch nutzen können, einfach eure Pokémon zu fangen, die ganzen vielen seltenen Spawns mitzunehmen, Rauch zu zünden, zu chillen und auf Shiny-Jagd zu gehen. Trotzdem waren die Rocket-Bosse und die Rüpel so sehr abgeschwächt, dass ihr selbst mit einem Pokémon da alles umrotzen konntet und die Belohnungen, die es dann dafür gab, wenn ihr ein Ticket hattet und die Spezialforschung hattet, waren trotzdem einfach mega. Ich habe so viele gesehen, die sich einfach hunderter Arctos erlösen konnten, hunderter Zapdos, hunderter Lavados oder auch hunderter Krypto-Mewtwo. Also hunderter Mewtwo erlösen und das hat auch einfach gefetzt, auch die anderen Belohnungen aus dieser Rocket-Spezialforschung, was es da für Pokémon gab, was ihr da für Bonbons mitnehmen konntet, Victini zusätzlich. Ich finde, gerade von der Spezialforschung her war Tag 2 hundertmal heftiger als der erste. Im ersten gab es die Habitade, im zweiten hattet ihr den ganzen Tag die Möglichkeit eben auch die Starter zu fangen und das ganze Gesocks. Also, ich verstehe das Gehater alles nicht drumherum. Ihr konntet euch natürlich einteilen, wie ihr wolltet. Wir haben letztens noch eine Trade-Session gemacht, da habe ich ja hier die paar Sachen bekommen und wir wollen jetzt mal hochscrollen, wollen uns mal angucken, ab wo die Ausbeute vom Go-Fest anfängt und was ist bei mir denn? Ach ne, genau hier, wenn du fliehst, Echner toll und Klaus, das waren die letzten aus einer Trade-Session, was ich auch sehr cool fand, auch eigentlich relativ gut ankam, mit euch ein bisschen zu chillen und zu labern. Und gleichzeitig hier zu traden, zu traden, zu traden mit zwei Bildschirmen, um zu gucken, wie wir den Lucky-Decks füllen. Hier ging es also dann los. Ihr seht hier ein erstes Fermicula. Ihr seht hier, also Fermicula war ja ein Kontinentales, was bei uns sowieso da war, was ihr jetzt aber auch als Shiny bekommen konntet. Und gleichzeitig gab es auch Furnifras, was wir vorher nicht haben konnten, aber jetzt auch überall saß und ihr auch eben als Shiny bekommen konntet. Meiner Meinung nach kamen Fermicula und Furnifras aber nur aus dem Rauch. Fermicula beim Kampfhabitat, Furnifras beim Feuerhabitat, genauso wie Icognito, was auch nur aus dem Rauch kommen konnte. Icognito hingegen aber aus allen Habitaten, immer mal aus dem Rauch nebenbei. Am zweiten Tag war es dann anders. Da hattet ihr den ganzen Tag die Möglichkeit auf Icognito, Fermicula und Furnifras, aber auch nur aus dem Rauch. Dieser Fan hat irgendwo einen Kommentar geschrieben, das stimmt so nicht. Sie haben Fermicula oder Furnifras aus dem Modul bekommen. Er ist aber der Einzige, der das bisher gesagt hat und behauptet hat und vielleicht haben die das verwechselt. Vielleicht war er ein Rauch an und Modul und sie dachten, es kam aus dem Modul, aber kam doch aus dem Rauch. Es würde mich wundern, wenn sie am Modul sitzen und nicht Rauch nebenbei an hatten. Denn Rauch war wirklich das Heftigste, was es geben konnte. Da ist ja auch Glurag rausgekommen, Turtog, Gebisaflor, da gab es Flamara, Fulipurba, es gab Aquana, es gab alles einfach aus dem Rauch. Richtig heftige Spawns und Sachen. Und es gab natürlich die Stada mit Pikachu, Visier. Natürlich auch in Shiny, alle drei. So, Miraplama hier. Icognito gab es zwei Buchstaben. Zum Glück, es gab das G und es gab das O. Das hier ist das O und beide gab es auch natürlich als Shiny. Ja, da freut es sich natürlich. Hier, Bisaflor mitgenommen natürlich. Wir haben einen Shiny Tangela bekommen, auch neu eingeführt. Shiny Tangela plus Weiterentwicklung. Hier habt ihr Kastatur, hier habt ihr das G und das O. Wir scrollen mal so ein bisschen durch, was wir noch sehen. Schneebedeckt, Hanbignon. Rotom aus der Photobomb, aber auch nur für Ticketbesitzer. Ja, also ich weiß zwar nicht, was man damit macht, ne. 25.07. Rotom. Hui. Als Waschmaschine. Nimmt man mal mit. Angeblich konnte man fünf Stück aus der Photobomb bekommen pro Tag. Ich weiß nicht, ob ich die zählen kann, aber bei mir kamen nur vier Stück aus der Photobomb. Und am zweiten Tag auch nur vier Stück aus der Photobomb. Aber angeblich konnte man an beiden Tagen jeweils fünf Stück bekommen. Habt ihr fünf Rotom bekommen oder habt ihr vier Rotom bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann hier auch Wildes Vollipurba. Auch sehr cool natürlich. Dann hier ein Kyokre. Das ist auch richtig genial, denn am ersten Tag, am Samstag, gab es ja auch nochmal besondere Raids. Wir wollen jetzt gar nicht von Kaumalad im Zweier-Raid sprechen, wo viele einfach geradet haben bis zum Umfallen für Kaumalad-Bonbons, für ein gutes Kaumalad, für ein shiny Kaumalad. Es gab natürlich auch zwei sensationelle Fünfer, die zwar nicht neu waren, die aber trotzdem meiner Meinung nach noch mit die stärksten und nützlichsten Pokémon sind. Zum einen haben wir da Kyokre und zum anderen natürlich Groudon. Und was mit Groudon passiert ist, das wissen die aktiven Zuschauer ja. Ich habe mich unterwegs zu einem Kyokre-Raid einladen lassen. Also ich habe gesehen, es kam immer zu Einladungen rein. Dankeschön dafür auf jeden Fall, dass ihr so aktiv und so fleißig seid und immer den Ramses einladet. Und in der Woche jetzt, wo es normal ist, ist das zwar nicht nötig, weil da ziehe ich immer los mit meinen Accounts und ich poste dann den Raid rein und lade euch ein. Aber beim Go-Fest, bevor ich da Stress habe, mit sechs Handys hinpacken und Raid machen und noch fünf Leute einladen, kam mir das ganz gelegen, dass immerzu Einladungen da waren und ich, wenn es gerade gepasst hat, einfach mal annehmen konnte. So habe ich also einen Kyokre-Raid mitgenommen. Dann habe ich mich noch ein bisschen gefangen, ne, so eine Faxe. Dann gab es das zweite Shiny Tangela. Kogowai ist hier dabei, konnte auch Shiny sein. Es gab fast alles, konnte es Shiny sein. Das war ja das Geniale. Dann ist das gewechselt von dem Pflanzenhabitat auf das Kampfhabitat, so wie es aussieht. Da gab es dann auch gleich Dratini, da gab es dann gleich Kaumalad aus dem Rauch. Weiterhin die Cognito, ihr konntet ganz viel Macholo, Zobiris, Slimer und so. Also es ist ja, da gibt es ja keine Kampf-Pokémon. Sondern ihr habt da einfach kampfrelevante Pokémon bekommen, egal ob für Raids oder die Go-Battle League. Hauptsächlich Go-Battle League wahrscheinlich, deswegen auch Flunsch liegt da immer dabei. Dann ist noch was geschlüpft. Panzer Aeron gab es auch. Hier haben wir noch einen Shiny Macholo mitgenommen. Drücken wir auch mal fix an. Glibungel hier, Panzer Aeron weiter, Mediti, Meditalis, wissen wir ja. Dann gab es auch hier Kontinentale aus dem Rauch mit Vipidis und Sengu. Die zwei gibt es ja auch als Shiny. Gab es schon länger, sind nicht neu. Aber es sind auch Kontinentale, Shinies natürlich. Dann nochmal Vermikula wieder. Hier haben wir noch ein Mediti mitgenommen, auch aus dem Kampf-Habitat. Dann habe ich gleich den zweiten Raid gemacht. Habe da ein Groudon bekommen. Und das war nicht irgendein Groudon, sondern ein 100% Groudon. Das war richtig genial. Danke an Frau Deluxe. Das musste ich mir unbedingt merken, dass die mich da eingeladen hat. Und sie schuld ist, dass ich jetzt auch ein 100er Groudon habe. Dann hier wieder Kaumalat. Noch ein Macholo mitgenommen. Wüsste ja nun, wie es aussieht. Nach Kampf müsste dann Freundschaft begonnen haben. Hier seht ihr auch Palim Palim aus dem Rauch. Palim Palim habe ich aber relativ selten gesehen, muss ich sagen. Die anderen, die freigeschalten wurden, waren da deutlich häufiger. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr etliche Palim Palim gesehen? Oder waren die bei euch auch seltener? Dann gab es... Och, da ist schon das Nächste. Dann gab es natürlich Relaxo die ganze Zeit. Wie Sand am Meer. Dann gab es Toggetik, wo ihr euch ein schönes, fettes Toggetik basteln könnt. Genau 1700 Bonbons. Chaneira gab es da. Pipi, Flecknoil. Flecknoil auch als neues Shiny eingeführt. Ist auch gar nicht so alt. Ihr konntet, wohin genau, noch mal als Shiny bekommen wild. Ihr hattet Pipi als Shiny. Merrill als Shiny. Mogelbaum als Shiny. Lithomyf ist geschlüpft. Flampion. Da sind wir schon vom Freundschaftshabitat umgestiegen auf das Feuerhabitat. Flampion. Mit eben Flampion. Dann die Starter hier. Floing. Flamara gab es wild. Furnifras gab es als zweites Kontinentales neues Shiny. Und bei Furnifras... Ich sag dazu nix. Bei dem habe ich echt einen Besen gefressen, sozusagen. Glurak gab es auch etliche. Lichtl gab es. Knogger gab es. Das ist auch eigentlich ein Highlight. Knogger wild. Wo viele noch das Shiny gebraucht haben. Dann haben wir auch endlich das Glumanda mit Visier bekommen. Weiter hier. Glumanda. Hunduster. Glurak. Lichtl. Karpador. Das kam, glaube ich, aus einem Ei. Ich hatte alte Eier noch drin. Irgendwas. Dann hier gab es schon Rotom. Ach ne. Das sieht man mal. Der Ramses, der redet wieder. Hier ist doch Rotom. Viermal hintereinander. Weil eins hatte ich ja am Anfang. Das sind also die restlichen vier. Das Höchste hier mit 1.999. Das kommt aber also auf jeden Fall über 2.000 WP. Dann hat das Wasserhabitat gestartet. Hier mit Shiggy. Mit Visier. Da gab es dann Baldorfisch. Baldorfisch auch neu als Shiny. Da musste man auch mitnehmen. Und Shiggy natürlich als Shiny. Ihr habt ja ein wildes Turdok. Ihr habt ja Baldorfisch gleich zweimal als Shiny. Da einmal mit 900. Da einmal mit 1.300. Dann habt ihr hier ein Shiny Shiggy mit Visier mitgenommen. Dann ging es alles von vorne los. Das war dann die Zeit, glaube ich. Da habe ich gar nicht mehr wirklich gefangen. Ich war nur noch mit Antippen, Flüchten, Antippen, Flüchten, Antippen, Flüchten beschäftigt. Denn dann war die Spezialforschung um. Dann waren die ersten 5 Stunden um. Und dann habe ich ja nicht mehr gefilmt. Der Akku war auch leer. Dann ging alles von vorne los. Wieder mit Pflanze. Diesmal auch das Shiny Bisasam mit Visier mitgenommen. Hier seht ihr weitere Pflanzen. Pflanzen, 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 Pflanzen. Das raffe ich nicht. Normalerweise müsste doch jetzt Kampf kommen. Ich glaube, Kampf habe ich einfach... Ach, ich blicke nicht durch. Hier ist auf jeden Fall Flecknoil. Flecknoil habt ihr hier nochmal bekommen. Also ihr nicht, aber ich. Hier nochmal Flecknoil. Hier sogar ein Magma. Ein Shiny Magma wild bekommen. Das saß, glaube ich, sogar in... Bei der AOK, bei der Gasse da oben. Das war auf jeden Fall auch sehr cool. Hier dann auch Glumanda als Shiny bekommen. Mit Visier. Hier nochmal Shigi als Shiny. Fermicula als Shiny. Das war auch eine Geburt. Dann seht ihr hier Kaumalad, Kaumalad. Ich habe dann einfach nur noch versucht, Kaumalad Bonbons auch zu farmen. E-Cognito als Shiny. Das, ähm... Gehe. Und das habe ich, wie ihr seht, von Supersani getauscht bekommen an dem Tag. Danke Pupsi auf jeden Fall für das Gehe. Auch 25.07. Das hat sie mir also gegeben. Hier gibt es dann auch noch einen Alola-Knocker. Auch als Shiny. Dann gibt es hier noch mehr. Jetzt sieht alles verwirrend aus. Lasst euch nicht stören. Guckt mal hier durch. Das ist alles Feuer, 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 Feuer. Weil ich so nach Funifras gesuchtet habe. Ich aber kein Funifras bekommen habe. Dann gab es aber ein I-Cognito-O. G und O, beide Buchstaben. War dann auf jeden Fall voll. Und man hat weitergesucht und weitergesucht und weitergesucht. Feuer, Feuer, Feuer. Alles querbeet. Hier mal ein Rotom. Das müssen wir uns merken. Um zu schauen, ob danach nochmal vier kommen. Weil dann habe ich wirklich am Anfang Mist geredet. Hier auch ein Maromai, was dann schon aus der Belohnung war. Es ist Nibuna Geowatz aus der Belohnung. Dann wurde ich eingeladen zu einem Palkia-Raid. Palkia haben wir ja auch mitgenommen. Haben wir, glaube ich, schon bewertet. 14 Angriff. Okay. Schleslitz, Bayern. Hier nochmal Bisasam mit Visier. Shiny. Dann ein paar Rocket-Sachen. Tangela. Wo war denn hier das? Das kommt, glaube ich, noch. Oder? Nee. Hä? Hier ist Macholo. Das müssen wir uns angucken. Dieses Macholo würde ein hundertprozentiges werden, wenn man es erlöst. Aber ich glaube, der Rat der Community ist natürlich nicht erlösen, sondern einfach so mitnehmen, wie es ist. Und ihr werdet auch sehen, ich habe von den Rocket-Stops am zweiten Tag nicht wirklich viel gemacht. Ich habe gedacht, ich mache die Gold-Medaille voll mit 1000, aber ich habe vielleicht 10 normale Rocket-Stops gemacht. Die Sachen aus den Aufgaben natürlich hier mitgenommen. Arctos, Zapdos, Lavados. Sehen wir auch nochmal hier die Bewertung. Sieht eigentlich relativ gut aus. Ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Aber theoretisch könnte man die alle erlösen. Aber als Erlöste bringen sie mir auch nichts. Ich weiß nur immer noch nicht, was ich mit meinem 96er-Krypto-Lavados mache, was ich vom letzten Mal noch habe. Ob ich das zu einem 100er erlöse. Und das hier halt nehmen, vielleicht als Krypto. Aber dann werdet ihr sagen, nehm das 96er und zieh das hoch als Krypto und erlöse halt einfach das. Aber das wird ja kein 100er. Und ich hätte gern einfach ein 100er davon. Snowbilly-Kart haben wir hier. Mewtwo haben wir hier. Können wir auch fix kurz bewerten nochmal. Das ist auch nichts. Das sieht auch einigermaßen gut aus. Hätte dann 15, 15, 13. Würde ich aber niemals erlösen. Ihr habt nur ein Krypto-Mewtwo. Egal wie gut oder schlecht das ist. Lasst das so. Die Leute, die natürlich ein 100er-Krypto bekommen haben, erlöst das. Dann wird es ein 200er auf jeden Fall. Aber Krypto-Mewtwo ist einfach so heftig der Boss. Hier das nächste Rotom. Das dürfte jetzt das zweite sein, oder? Müssen wir auf Rotom achten. Dialga. Das auch noch mitten in den Forschungen am zweiten Tag zu einem Dialga-Raid eingeladen. Und zu einem Giratina-fliegender Marder-Raid eingeladen. Das hat also auch geklappt. Und ihr seht, am zweiten Tag gab es wirklich alles querbeet. Hier ist das dritte Rotom. Und hier ist das vierte und das fünfte Rotom. Ich nehme alles zurück. Ich habe fünf Stück bekommen pro Tag. Nicht nur vier. Dann habe ich den wohl größten Fehler meines Lebens gemacht. Nicht, dass ich hier noch einen Shiny-Fleck-Noil bekommen habe. Ich habe einen Shiny getauscht mit Kippen-18. Denn das Funifras ging mir so auf den Sack, dass ich aus dem Feuerhabitat keinen Shiny bekommen habe. Ich hatte aber zwei Shiny-Ikognito-O. Und er hat nur einen Funifras. Ich habe dann zu ihm gesagt, ob er das Funifras abgeben würde. Denn ich habe keine Chancen mehr gesehen am zweiten Tag, dass ich das noch bekomme. Wie gesagt, es kam ja dann nur noch aus dem Rauch. Es war selten aus dem Rauch, da aus dem Rauch auch alles möglich andere kam. Und ich habe es schon aufgegeben. Ich habe gesagt, hier, Shiny-Funifras. Wie sieht denn das aus? Das kann man ja auch nach dem Go-Fest noch bekommen. Deswegen, magst du mir das geben? Ich gebe dir auch das O von Ikognito als Shiny, weil das kriegst du nur während des Go-Fastes. Und dann ist das erst mal weg. Und dann hast du vielleicht Glück, irgendwann bei einer Safari, bei einem anderen Face, dass das wieder auftaucht. Er war sofort begeistert. Er hatte nämlich nur das G. Das O hat ihm gefehlt. Mir hat das gefehlt. Und ich habe gesagt, im Endeffekt kriege ich dann eh noch einen Shiny-Funifras und eher einen O. und dann beißen wir uns beide in den Arsch. Er hat mir das dann getauscht. Und er hat später auch noch einen Funifras gefangen. So hat er also ein O bekommen und sein Funifras wieder gehabt. Ich hingegen habe das Shiny getauscht, habe selbst dann einen Shiny-Funifras bekommen und habe kein O mehr bekommen. Was aber nicht heißt, dass mir das O fehlt, weil ich hatte ja wie gesagt zwei. Aber ich habe gedacht, wenn ich zwei Shiny-Ikognito habe von O, dann würde ich morgen zur Feier des Go-Festes, dass das so heftig war, einfach ein Shiny-Ikognito verlosen. Ich habe zwar jetzt ein O und ein getauschtes G von Pupsi, aber das G kann ich nicht weggeben und das O ist ja mir. Das brauche ich ja. Das habe ich ja jetzt nicht mehr doppelt. Sonst wäre das so genial gewesen morgen. Beziehungsweise schreibt mal in die Kommentare, was hättet ihr davon gehalten, wenn wir morgen am Dienstag ein Shiny-Ikognito-Gewinnspiel gemacht hätten, was ihr dann bekommen könnt. Hättet ihr das gefeiert, schreibt es mal rein. Hier hat es so getauscht, hier die Rotom bekommen, dann seht ihr Kaumalad-Bonbons wieder gefarmt und dann, ich habe es so gehasst, habe ich das Shiny-Funifras bekommen und habe so gedacht, nein, gib mir mein O zurück. Ich will das verlosen. Jetzt habe ich das doch selber. Aber egal, denn es ging noch weiter mit Baldorfisch. Noch ein Shiny bekommen hier von Fermicula, weiter angedrückt, Lichtel-Bonbons mitgenommen. Das ist alles nur noch aus dem Rauch gekommen. Ich habe dann nur noch geraucht bis zum Umfallen, wie ihr hier seht. Da haben wir aber noch ein, 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 noch ein Fermicula bekommen, auch noch als Shiny. Dann haben wir noch ein Baldorfisch bekommen, auch als Shiny. Richtig genial. Dann haben wir ein Zubiris bekommen, mein erstes selbstgefangenes Shiny Zubiris. Ich habe eins gehabt, das war aber auch nur getauscht. Hier noch ein Shiny Tangela, hier noch ein Shiny Kokowai, mein zweites. Eins habe ich damals auch auf dem Friedhof gefangen. Dann noch ein Shiny Tangela natürlich hier dabei. Dann Rocket Stops. Ich weiß gar nicht, wann ich die gemacht habe. Ist aber auch nicht der Rede wert. Und wir haben noch, ich glaube gleich ist es eh vorbei, wahrscheinlich kommt gar nichts mehr. Oder? 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 Was kommt? Noch ein Flecknoil. So, und die drei Kyurem von heute. War ich auch wieder unterwegs, habe wieder drei Raids gemacht, habe alle drei Raids in die Raid-Gruppe geschrieben, im Telegram. Wenn ihr noch kein Kyurem habt, oder wenn ihr bei euch keine Raids machen könnt, guckt mal in die Beschreibung. Unter jedem Video steht die Beschreibung mit den Links zu Telegram, zu der Raid-Gruppe, wo ihr euch connecten könnt. Wir gucken mal ganz kurz nochmal die Übersicht der Schillernden, was wir also jetzt gefangen haben. Schillern, ne? Das ist also alles dann vom Go-Fest gewesen. Hier Tangela, das höchste Tangela werden wir jetzt auch entwickeln für das Video 1067. Ist das höchste, das heißt wir entwickeln jetzt hier noch das höchste Tangela mit einem Sinustein, machen uns noch ein schönes Tango los. Wir werden das Groudon jetzt gleich noch hochziehen und auf Max pushen. Das ist es mir auf jeden Fall wert, das werde ich jetzt auch hier gleich noch machen. Wir werden noch ein Flecknoil entwickeln. Einfach eine Packung Wasabi-Nudeln, ne? Das sieht doch genial aus. So richtig schleimig und pervers. Baldorfisch kann man nicht entwickeln, wie gesagt. Die Starde haben wir auch voll, also Shigi haben wir, Bisa-Sam-Hammer und Glumanda haben wir. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ihr seht, Ikognito, G und O haben wir. Flecknoil muss ich mir jetzt fix merken. Was ist da das höchste? 525. Ja, 525 ist das höchste Flecknoil. Gut, Flecknoil können wir nicht entwickeln, wir müssen erst einen Kilometer mit ihm spazieren gehen. Erinnert mich mal an, in der Spotlight-Stunde dran, dass ich meinen Flecknoil noch entwickeln wollte. Dann können wir das noch machen, wir können dann da das Shiny Flecknoil noch entwickeln. Also, ich habe alles bekommen. Alles, was ich wollte, habe ich bekommen. Ich habe die kontinentalen Shinies, ich habe die Stardar-Shinies, ich habe die, äh, die zwei Ikognito-Shinies, ich habe, äh, ja, diese neuen Shinies mit Tangela, Baldorfisch, und, vielleicht habe ich schon wieder vergessen, und Flecknoil, genau das war's. Wie sieht's bei euch aus? Wie war eure Ausbeute? Was habt ihr so bekommen? Worauf habt ihr euch am meisten, also worauf seid ihr am meisten stolz? Was ist euer Highlight gewesen? Und, was fehlt euch noch? Oder was hättet ihr gerne noch bekommen und habt es nicht bekommen? Hier seht ihr noch das Dresella, was ich aus der Aufgabe bekommen hatte, im Kapitel 3, von der Forschung, letztens, wo das Video mittlerweile gesperrt ist, und ich nicht weiß, warum. Das versuche ich ja die ganze Zeit schon wieder, äh, hinzubekommen, aber der YouTube-Support steht irgendwie auf dem Kopf und kann einem auch keine, äh, äh, kann einem keine, äh, Auskunft geben, warum das Video gesperrt wurde. Es heißt immer nur, ja, der, der Inhalt war unangemessen. Warum? Das dürfen wir dir nicht sagen. Es ist ein Pokémon-Video gewesen, mein Gott. 100% Dresella, 100% Groudon, und das Groudon, wie gesagt, pushen wir jetzt noch aufs Max. 4.115, 241 Bonbons, 217.000 Sternenstaub, bam, bam, sehr schön. Das ist Internet, das ist Kabel Deutschland, dafür stehe ich mit meinem Namen. 1587 dazu, das sieht doch heftig aus. Dankeschön dafür also, dass 100% Groudon beendet jetzt, äh, diese Sendung. Schreibt mir rein, wie war euer Go-Fest? Hat es Spaß gemacht? Im Vergleich zu den normalen Go-Festen, ich muss sagen, es hat zwar das Feeling etwas gefehlt, von den ganzen Aufbauten, von diesem schönen grünen Park, wo du rumgelaufen bist, wo alle anderen Pokémon-Spieler um dich rum waren, aber die Spawns, das, was es zu fangen gab, diese besonderen Sachen, das hat trotzdem echt mega Spaß gemacht, die Spezialaufgaben, die Forschung, mega Spaß gemacht, ist, äh, ihr konntet bestimmte Dinge abarbeiten und dann sagen, ich mache jetzt das, ich suche jetzt gezielt das, ich gehe jetzt gezielt auf Jagd danach, also, ihr musstet ja nicht alles gleichzeitig machen. Viele haben das und das gehabt und haben das und das gebraucht, dann haben sie auch nur das und das gemacht. Ihr konntet euch also selbst aussuchen, wie ihr das Go-Fest spielt, ihr konntet aussuchen, wo ihr das spielt, ihr konntet aussuchen, mit wem ihr das spielt. Mich hat es ein bisschen gestört, hier in der Stadt, dass so viele Autos unterwegs waren und gerade, wo man langgelaufen ist, immer zu Lärm war, immer zu irgendwelcher Mist, äh, meistens war es auch richtig brennend heiß, man konnte sich kaum unterstellen. Im Park damals war das anders, da waren viele Bäume, da war alles schön richtig grün, da war es ruhig und bescheiden, da war auch schöne, beruhigende Musik, die über die Lautsprecher gespielt wurde. Dann haben sie noch so Schlafgas eingeströmmt, damit die Leute einfach gesagt haben, abo gewonnen. Nein, alles super. Und vor allem die ganzen Fressbuden, die ganzen Imbissbuden haben gefehlt, an jeder Ecke. Das war es aber jetzt, von meiner Seite aus. Ich muss sagen, meinetwegen könnten die das immer so machen. Ihr spart euch, ihr spart euch die Übernachtungskosten fürs Hotel, ihr spart euch das 10.000 Kilometer durch die Gegend fahren, um dann irgendwo gestresst zu sein. Ihr habt das einfach, jeder kriegt ein Ticket, jeder kann mitmachen, denn wenn das irgendwo im Park gewesen wäre, es wäre ja wieder begrenzt gewesen. Es dürfen ja nur so und so viele Leute dort spielen. Alle an einem Ort versammelt, gibt noch mehr Probleme. Gab es zwar jetzt auch ein bisschen, aber trotzdem, so hat jeder Weg wenigstens die Möglichkeit gehabt, mitzumachen und ein Teil dieses Ganzen zu sein. Das war es aber jetzt wirklich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.